Ja, hallo lieben, was ist denn euer Vater, Beziehungsweise, Beziehungsweise, Beziehungsweise und so weiter und so weiter und ja, sehr schönes Buch, gerade rausgekommen, aber Gott, ich habe jetzt schon genug dazu gesagt, wenn es noch Fragen dazu gibt, kommt einfach auf einer Lesung vorbei, guckt in eurer Buchhandlung, es ist super gut verfügbar. Ja, heute wollte ich mal ein Thema stellen, wo ich einfach mal Fragen stellen möchte zu diesem Thema, ich habe da keine fertigen Antworten und zwar bin ich darauf gekommen, weil mich das eine Zuschauerin gefragt hat, nämlich folgende Frage, beeinflusst die eigene psychische Befindlichkeit, also jetzt vor allem in diesem Spektrum, co-abhängig, egoistisch, narzisstisch, was weiß ich, beeinflusst das die Therapeutenwahl? Also ich habe die Frage so verstanden, wenn ich so schwierige Anziehungspunkte habe, könnte sich das sogar durch einen beratenden, coachenden, therapeutischen Prozess in negativer Weise ziehen? Und die Frage ist tatsächlich sehr relevant, also fühlt euch auch frei, hier viel zu kommentieren, wie ihr das seht, weil man könnte ja jetzt aus so einer auch spirituellen Sicht, könnte man ja sagen, wenn ich jetzt bestimmte Anziehungspunkte habe, also wenn ich zum Beispiel so übernett bin, people-pleaser, co-abhängig, pluspolig, bis zum geht nicht mehr, ziehe ich ja in Beziehungen häufig eben entsprechend minuspolige, vielleicht egoistische Menschen an und wenn ich solche Anziehungspunkte habe, Freundschaft betrifft das ja offensichtlich auch, könnte das nicht sogar Leute betreffen, bei denen ich Hilfe suche? Und das ist tatsächlich, also ich habe da auch noch nie was drüber gesehen von anderen oder gehört, keine Ahnung, aber ich finde es ein hoch spannendes Thema, weil wenn das so wäre, könnte man ja sogar in einem beratenden Kontext die gleichen negativen Erfahrungen machen, die man vielleicht damals schon als Kind in einer Familie gemacht hat. Also ich habe da keine richtige Antwort drauf, ich kenne Klienten, wo ich weiß, was die für eine beratende, coachende, therapeutische, also als Klient Laufbahn sie durchlaufen haben, wie sie das selber erlebt haben, wo ich dachte, boah, das ist ja, ist ja mit deren Berater oder Beraterin, ist ja genau, haben sie die gleiche Erfahrung gemacht, wie mit ihrem Freund oder was weiß ich, also das ist irgendwie, ja, irgendwie negative Erfahrung und wo man dachte, boah, ist das jetzt Zufall wirklich oder holt man sich da das gleiche Thema wieder ab? Und das ist mir mehrfach untergekommen, aber natürlich weiß ich auch von ganz vielen Leuten, die, ja, vielleicht eine Therapie gemacht haben bei ihrem Thema, und ich rede jetzt auch nicht über Spinnenphobie, sondern ich rede jetzt eigentlich so um diesen ganzen Bereich, den wir hier auch backen, Beziehungsprobleme, irgendwelche charakterlichen Schwierigkeiten, Pluspoligkeit, Minuspoligkeit, so, das meine ich jetzt auch. Also bei vielen ist es offensichtlich auch gut gegangen, also wie gesagt, dass ich, ich wollte einfach mal diese Frage thematisieren und was man natürlich meinen sollte, ist, dass, das natürlich, kann ich jetzt von meiner eigenen Ausbildung sagen, dass es diese Neutralität, die man als Therapeut haben sollte, das ist natürlich eine Sache, die man sich erarbeiten muss und die man seine Ausbildung auch lernt, ne, und natürlich sind wir alle Menschen, können Fehler machen, ist klar, aber tatsächlich ist es, glaube ich, so, und das ist auch für einen gewissen Zeitraum, würde ich auch sagen, kann es durchaus auf so eine schräge Art gewollt sein, dass der Klient den Therapeuten so ein bisschen verwickelt, so, gerade am Anfang der Therapie und dann der Therapeut aber das sozusagen sieht, dass er so ein Periskop hat, von außen drauf gucken kann und kann sozusagen sehen und aus dieser Verwicklung Rückschlüsse ziehen, welche Themen der Klient hat und das dann grandios aufarbeiten und zum schönen Abschluss führen, so sollte das idealerweise laufen und das ist auch ein Grund, warum ich immer denke, Leute im psychischen Bereich sollten wirklich fundierte Ausbildungen haben, weil man meint oft, man wäre, wer weiß, wie neutral, aber tatsächlich, ja, ist man es halt nicht und das ist wirklich, wirklich ein großer Teil der Ausbildung, also wie ich das zumindest erlebt habe, ist so unperfekt das auch sein mag, dass man versucht, in der Neutralität zu arbeiten und seine eigenen Abgründe oder auch Klippen oder was auch immer kennenzulernen, so, ne, und das wollte sich das natürlich, diese Problematik, die ich gerade angesprochen habe, sollte das natürlich vermeiden helfen, aber ist das auch gegeben bei Leuten, die, ja, ob sie das jetzt sollen oder dürfen oder nicht dürfen oder keine Ahnung, oder ob das, ja, wird ja einfach gemacht, gibt ja diesen ganzen Bereich Lebensberatung, Coaches, natürlich gibt es auch Leute, die lange Ausbildungen haben, aber natürlich, wissen wir alle, gibt es auch Leute, die eigentlich praktisch gar keine Ausbildung haben, wie ist es dann? Ja, also, da finde ich schon gefährlich und frage ich mich schon, ob solche Sachen da nicht passieren können, ne, nehmen wir mal ein krasses Beispiel, also, um das, also, es gibt ja wirklich Leute, die, und das ist jetzt wirklich keine Pauschalkritik an der esoterischen Szene oder so, aber es gibt ja Leute, die Tausende, Zehntausende Euros ausgeben für Karten legen, weil sie sozusagen, also zu einer, wenn man so stark co-abhängig ist, hat man ja das Gefühl, man kann überhaupt keine eigenen Entscheidungen treffen, man muss immer jemanden fragen, wenn man jemanden fragen kann, dann ruft man vielleicht irgendwann mal so eine, was nicht, gibt es das noch, diese 190er nur beim Fernsehen an, so, ich leg dir die Karten, kommt der Liebste zurück, wenn du dann auch so im Liebeskummer bist, ne, kommt er zurück, kommt er nicht zurück und dir werden irgendwie Karten gelegt, werden irgendwelche Sachen gesagt und das kann auch dazu führen, dass du, ja, dann kriegst du vielleicht so eine gewisse Erleichterung und machst das dann vielleicht immer wieder, ne, immer wieder, bist aber eigentlich immer unsicherer, immer schlechteren Selbstwert, also, musst irgendwann schon, ich übertreibe jetzt mal, die Karten befragt werden, ob du jetzt fette Armermilch oder nicht fette Armermilch kaufst irgendwie und wirst vielleicht abhängig von diesem, von dieser Kartenlegerin oder diesem Kartenleger und hast dann mal praktisch die gleiche Erfahrung gemacht, wie du sie in Beziehungen machst, ne, nämlich, dass sich jemand ausnimmt im Grunde genommen, ne. Und, ja, das finde ich eine spannende Frage und auf jeden Fall, was ich sagen kann, ist es, glaube ich, dass man, keiner ist perfekt, auch kein Behandler, kein Therapeut, kein Sonstwas und manchmal passt es auch einfach nicht und, ja, und dafür gibt es ja auch in einer Psychotherapie probatorischen Sitzung und so, also man sollte wirklich gucken, äh, haut das dir hin, ne, für, also, äh, ist da jetzt jemand, wo sich mein inneres Kind wohlfühlt, ne, und manchmal ist es eben nicht so, ne, manchmal, äh, Niemann, du hast so einen, äh, super strengen Elternteil und du bist jetzt da jetzt bei irgendeinem Coach-Therapeuten, was weiß ich, äh, der super streng ist, also selbst wenn ihr das dann, äh, vielleicht auch, also, besprechen könnt oder so, was natürlich idealerweise möglich sein sollte, muss man sich natürlich schon fragen, tut mir das jetzt gut, wenn das schon gleich losgeht, wenn ich schon gleich, ähm, das Gefühl habe, boah, jetzt, äh, kann ich mich hier auch wieder nicht fallen lassen und dass jemand super streng ist, gut, das könnten natürlich auch Übertragungen sein, also, aber ich würde zumindest, also, wenn ihr mal jemand ausprobiert, also, dann nutzt ihr auch die Gelegenheit und wenn ihr irgendwie Störgefühle habt, dann spricht es an, ne, und, und guckt wirklich mit einer aufgeklärten, erwachsenen Brille auf die Menschen, mit denen ihr arbeitet und das kann sich auch ändern über so einen Zeitraum, ne, das kann sich ändern, dass, äh, dass du vielleicht erst mal nach einer bestimmten Zeit das Gefühl hast, boah, das, äh, tut mir irgendwie nicht gut oder es passt irgendwie nicht und das kann zum Beispiel ein sehr selbstermächtigender Prozess sein, zu sagen, ja, so was ich jetzt hier gemacht habe, mir ist hierhin geholfen, aber jetzt möchte ich jetzt nicht mehr machen, ne, jetzt möchte ich jetzt nicht mehr machen, äh, und ich, äh, und dann sollte auch dein Berater, Coach, was weiß ich, sollte dich auch gehen lassen zum Beispiel und nicht versuchen, äh, festzuhalten. Tatsächlich kann, äh, so ein bewusster Ausstieg aus dem Beratungsprozess, kann auch wieder dir einen richtigen Schubs geben in Selbstständigkeit, äh, deine eigene Entscheidungen treffen, was ja letztlich Ziel sein sollte von solchen Geschichten, dass man auch wieder für sich selber klarkommt, ähm, ja, äh, und genau. Ja, soweit, äh, vielleicht mal, also, ich denke, diese, zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, ich glaube tatsächlich, dass diese Anziehungspunkte, die man hat, dass sie in jedem Lebensbereich wirken können und man sollte das immer wieder hinterfragen, ne, und, ähm, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Thema habe, in Partnerschaften ausgenutzt zu werden, kann ich das auch haben in Arbeitsbeziehungen, ne, dass ich auch ausgenutzt werde oder in, wenn ich selbstständig bin, in Geschäftsbeziehungen, dass ich zu niedrige Preise nehme oder dass meine Kunden mich ausnutzen und, 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 also, ich glaube tatsächlich, äh, aber nicht, bin nicht so ganz sicher, wie weit das gilt, aber das, dass diese, diese Anziehungspunkte, die wir haben mit unseren unaufgelösten Themen, dass sie sich irgendwie durch alles durchziehen und, ähm, ja, wir immer wieder jeden Tag gucken müssen, was tut uns jetzt gut und was tut uns nicht gut, also, aber meiner Ansicht nach ist das ein hochspiritueller Weg in eine vollständige und echte Selbstverantwortung, was letzten Endes jeden Lebensbereich angeht. Ich hoffe, es war irgendwie verständlich, wenn nicht, dann, äh, kommt mir jetzt wieder was anderes, was anderes wieder und lest mal ein fucking Buch, macht mal eine Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben. Ciao, ihr Lieben.